ich muss da unten irgendwie strom drauf bekommen es geht gar nicht an das ich muss hier strom drauf bekommen ich habe es geschafft der computer ist da es ist scheiße kalt man ja um die server zu kühlen das ist echt mal krasse hardware jeder hin beweg dich nicht warte das ist nicht genug geht zurück was soll der scheiß ist nicht so wie es aussieht woran sieht es denn aus weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten verraten aus haben die kommst du auf die reine ich liebe dich man das weiß wer hat dich gekauft nein mir bloß nicht ins gesicht das dafür dass ich dich reingeholt das ist du weißt ich war es nicht er hat mich gezwungen doch mal ja der ist ganz nah der ist ganz nah der ist nicht da runter krass der ist nicht da runter geht da runter füllt den Pisser ach du scheiße das lief überhaupt nicht gut Ich versuche jetzt einfach mal zu entkommen. Alter Schwede, es war so dumm und ernsthaft. Der Junge war 19 Jahre alt, aber wir finden ihn auch. Jo, wir sind hier, wies. 19 Jahre und in so einer Gang dabei, das ist so ass hier. Ich hab hier ne Flasche für den, der den Wasser findet. Okay. Da ist ein Auto hinter uns. Ich soll wahrscheinlich einfach nur entkommen, deswegen versuche ich gar nicht erst irgendwie mich in die Schießerei verwickeln zu lassen. Okay, sieht sicher aus. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Der kann sich nicht verstecken, diese Straßen gehören uns. Das glaube ich aber nicht. Fuck, 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 fuck. Das überlebe ich nie, Alter, das überlebe ich nie. Das kann nicht die Wahrheit sein, Alter. Das ist doch, Alter, das kann doch nicht sein. Da wirst du von einem Typen entdeckt, da kommen 50 Trilliarden auf dich zu. Oh, was war das denn bitte jetzt? Der muss hier doch irgendwo sein. Oh nein. Verdammt. Was ist denn passiert? War doch alles richtig? Und er hat er seinen Cousin getötet? Bin ich etwa schuld? Den ganzen Scheiß nochmal. Hoffen wir es reicht. rumfam. Das ist alles 버� Gefühl. k Das war's Das sind viel zu viele Autos, ey, was soll ich denn jetzt machen? Natürlich habe ich eine Waffe, ja, jeder hat eine Waffe. Da kommt eins für den Autos auf mich zu. Na wo ist es? Oh, noch eins. Das kann ja gar nicht sein. Och, Mann. Ach, halt. Es ist echt unmöglich, da rauszukommen. Es ist so dumm. Ach, halt's Maul. Jetzt ist wieder diese typische, was ich überhaupt nicht leiden kann. 5 Trilliarden gegen einen. Und dann auch noch ein Auto. Na, Dankeschön fürs Spielen. Oh mein Gott. Habt ihr hört, ihr kriegt die Scheiße nicht alleine. Keine Sorge, jetzt sind wir ja da. Ja, kriegst du dich alleine? Ich seid denn nur 2.000 Autos? Ne, passt schon. Oh Leute, ernsthaft. Ich hab eins von, weiß nicht wie vielen, zerstört. Bin ja so stolz auf mich. Viel Spaß. Und wieder eins. Nur noch 4. Alles klar, wir sind alle da. Regeln wir los. Hör auf, dies kann es aus Pratik eines. Der Motor ist im Arsch, die Kiste ist erledigt. Wir müssen den Uhrensohn finden. Nein, 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 ich hab ihn verloren. Okay. Wie geht es jetzt weiter? Wo ist denn der Victor? Ich kann hier nirgends wo in der Urla raus, ohne dass mich sofort jemand sieht. Habe ich es geschafft, oder was? Sag mir, du hast was. Es war nur ein partieller Download. Aber ich habe etwas. Seht aus, als wäre der Computer voller Material über... Achtfach jeden. Hör dir mal die Ordnernamen an. Polizeichef Sextape. Bloom-CEO-Bestechung. CTOS-Verstöße. Irene sitzt auf der gefährlichsten Waffe der Stadt. Klar, dass die Cops Abstand halten. Er hatte wohl ein Gespräch mit dem Polizeichef. Kannst du sehen, was in den Ordnern ist? Noch nicht. Ich versuch's. Gibt es einen Ordner zum Merlou? Merlou. Ja, das ist er. Gut. Ich bin weiter. Ich versuch's. 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 Was ich weiß. Rose Washington. Rose Washington? Ich weiß nicht wer sie ist, aber... Sie ist in dem Video. Irak sagt sie ist tot. Schade eigentlich, der BadBug ist ein cooler Typ gewesen. Ich hätte ihn gerne auf meiner Seite gehabt. Aber man kann nicht alles haben. Sein Computer ist voll davon. Von Politikern bis hin zu CTOS-Managern. Das Merlot ist auch dabei. Ich wusste es. Ich hab's dir doch gesagt. Es ist verschlüsselt. Ich habe keinen Zugang, aber dieses Video aus dem Merlot? Der Name der Frau ist Rose Washington. Rose Washington? Ich kenne den Namen. War sie nicht beim CTOS? Aiden, das ist die Goldada. Ich hab deine IP verfolgt. Jetzt gib mir meine Schwester. Aber es fängt gerade erst an. Für irgendjemandem ist das Video wichtig. Wichtig genug, um mich anzugreifen und auch deine Nichte. Vorsicht, Damien. Na komm, ich weiß, dass du das genau wie ich zum Ende bringen willst. Das war nicht der Deal. Oh, aber doch. Du sagst, es ist verschlüsselt? Dann bist du noch nicht fertig. Nein, das wirst du nicht tun. Ich kann tun, was ich will. Hey, ich bin's. Niki, wie geht's dir? Ich bin müde. Sie kümmern sich um mich, aber komm und hol mich. Bitte. Okay, da sind noch andere bei dir. Ja, das ist gut. Sei auf alles gefasst. Ich werde bald kommen. Ich muss Jack sehen. Wie geht es ihm? Er ist ein tapferer Junge. Er kommt nach seiner Mutter. Aber er ist genauso stur wie sein Onkel. Ja, das ist er wohl. Er akzeptiert nicht einfach anleihen. Zeit um. Ta-ta. Damit hätte ich bei Damien rechnen müssen. Er kriegt den Holz nicht voll. Er will immer noch mehr. Okay. Eins nach dem anderen. Ich brauche den Rest von IREX Material. Dann habe ich den Hegel. Und dann kümmere ich mich um ihn. Ich muss hier anscheinend doch nicht in den Bunker. Doch, hä? Verarsch mich nicht. Oh, jetzt darf ich aus. Natürlich. Na dann. Ich dachte schon, hey cool, ich bin vor der Mission im Bunker. Und dann muss er natürlich erst mal wieder zurück. Und dann wieder rein. Ach ja. Jetzt auf einmal alles an und die Frau ist da. natürlich. Alles in Ordnung? Äh, hab nicht viel bekommen. Der Upload wurde unterbrochen. Mist. Ich wusste es. Okay. Dann muss ich nur selbst da rein. Bist du verrückt? Selbst wenn du da reinkommst, hilft es uns nicht. Es ist verschlüsselt. Was erwartest du von mir? Damien hat Nicky. Soll ich ihm sagen, behalte sie ruhig? Natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber er spielt mit dir. Ja, ich werde es ihm nicht geben, bevor ich nicht weiß, was es ist. Man kann Damien nicht trauen. Das weiß ich. Also gut. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay? Wenn ich die Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein, das ist zu hoch für mich. Und wer dann? Was ist mit diesem... ...diesen Verrückten? Du weißt, der hat doch hier gearbeitet. Okay, das wäre ein Anfang. Okay, aber wir müssen diskret sein. Ich weiß, wie man diskret ist. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Raymond Kenney. Das ist unser Mann. Er war ein Software-Ingenieur und am Start von CTO-S beteiligt. Funden ist die Verschlüsselung. Der Autor hat bestimmt eine Backdoor. Er kann es entschlüsseln. Kenney ist verdammt gut. Dieser Raum ist bestimmt von ihm. Er ist genial. Er ist eine Legende. Und Legenden sind nicht einfach zu finden? Er ist untergetaucht. Über ein Jahr hat man nichts von ihm gehört. Wo muss er ja sein? Okay. Jeder hat seine Online-Geschichte. Da fangen wir an. Wir suchen seinen letzten Aufenthaltsort und sehen weiter. Er ist seit einem Jahr weg. Da gibt es noch eine Spur. Da. Er hat seine Spuren sehr gut verwischt. Aber er ist mehrmals durch einen Standort gebaut. Wir verfolgen es zurück und finden den Ort. Theoretisch ja. Du musst den Ort erreichen und mich mit dem Computer verbinden. Dann starte ich die Suche aus dem Bunker. Und wir haben Ken.